Ich hab das noch nie gemacht. Und wie findest du mich im Vergleich zum Foto? Sagen wir mal, du bist gut im Photoshop. Stimmt, du hattest Sinn für Humor in deiner Beschreibung. Nun, hier gibt's nix zu lachen. Guten Abend. Guten Abend, junger Mann. Hallo. Heute Abend empfehlen wir ein Morchel-Resorto an ausgebackenem Seehecht, glassiert mit deliziösem Trüffelöl. Frisch aus der Mikrowelle. Sehr lustig ist das ein Schatz. Dann nehme ich Hausschwein in Eigendarm an indischen Curry mit deliziös frittierten exotischen Kartoffelstreifen. Arsch. Bitte? Okay, hab verstanden, ich hau ab. Scheißabend im Scheißladen mit einer Scheißfrau. Okay, vielen Dank, mein Herr, das reicht. Ich wünsche einen schönen Abend. Darf ich Ihnen etwas ausgeben? Weißt du, ich mach sowas sonst nicht. Aber ich hatte eine schöne Zeit. Hey. Hab ich nicht gesagt, es klappt? Du bist ein Genie. Morgen bin ich der Kellner. Hey. Pssst. Und? Hattest du Spaß? Er hat nichts gemerkt. Wirklich? Das war geil. Morgen nehme ich das Kostüm. Es sind noch zwei Gummis übrig. Pssst. Pssst. Haайтесь. Hooray. Hooray. H Glasgow. Vielen Dank.